1000 stunden ich bin begeistert in den nachfolgenden minuten seht ihr einige eindrücke von dieser zeit am boot beim boot handelt es sich um eine serie 19 spx mit 150 ps außenbordmotor wenn euch das video gefällt dann lässt ein like da abonniert den kanal und kommentiert fleißig ich freue mich über jede interaktion viel vergnügen mit dem video bei so viel zeit am boot kommt es schon vor dass man den einen oder anderen retten muss und dann begann die zeit des donau reisens ich fuhr hinauf nach passau dann nach vielshofen und nach deckendorf und dann auch die andere richtung strom abwärts durch die wachau nach wien ein weiteres highlight zwar auch die fahrt durch den wiener donaukanal hier kamen wir bei der urania und beim schwedenplatz vorbei und passierten dann die nussdorfer schleuse um wieder in die donau zurückzukehren die wohl meiste zeit von diesen 1000 bootstunden habe ich im bereich linz verbracht zwischen den beiden kraftwerken ottensheim und abwinden danke fürs zusehen und das boot ist bereit für die nächsten 1000 stunden